Heyo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Hier in diesem Video möchte ich eigentlich mein neu bekommenes Gehäuse einmal zeigen, beziehungsweise da mache ich dann später quasi Werbespots von, die man am Anfang von so manchem Video sieht. Und weil ich es dann auch eigentlich wichtig finde, dass man nicht nur sagt, ja, siehst du das wieder, der Voice Crack. Ich bin ein bisschen erkältet, es nervt mich absolut. Ich möchte natürlich, wenn ich dann sage, ja, hier gibt es ein neues Gehäuse, dass ich dann auch ein Review da als Verweis zu habe, damit man so ungefähr weiß, worauf man sich einstellt. Und ja, deswegen stelle ich das Gehäuse hier so ein bisschen vor, ist halt dann jetzt für die nächste Zeit erstmal mein neues Gehäuse. Und ja, mehr passiert hier auch nicht. Ich wünsche viel Vergnügen. Und so steht es vor mir, das Deepcool CH510 und ich habe gerade einen Lachernfahrer gekriegt. Ich habe das ausgepackt und dann kam das hier so direkt rausgefeuert. Und ich habe mir gedacht, was ist das? Ach, das ist bestimmt irgendwie zur Verriegelung oder so für dieses magnetisch mal eben schnell entfernbare Seitenpanel. Aber nein, wenn man da ganz genau drauf schaut, kriegst du das hin, Kamera. Das ist tatsächlich Qualität von Kopfhörer Henkel. Das habe ich noch nie bei einem Gehäuse gesehen. Ich würde empfehlen, es nicht abzubrechen, weil es dann fehlt, wenn es weg ist, logischerweise. Nein, das kannst du nicht mal eben abbrechen. Ist aber höchst interessant, dass es sowas gibt. Ja gut, das haben wir auf der Front. Platz für Sticker zum Aufkleben oder sowas. Hier oben zweimal USB 3. schieß mich tot. Gut, kombinierter Headset-Anschluss, Reset-Power-Knopf und hier wahrscheinlich eine LED-abnehmbarer Staubfilter. Rückseite denke ich mal Standard ohne Nachricht. Das Teil ist natürlich aus ordentlichem Glas, nicht Plexiglas oder sowas. Rückseite ist auch weiß und von hinten ist das Teil natürlich schwarz. Ja, was heißt natürlich? Es gibt ja auch Gehäuse, die dann komplett weiß sind. Aber das hatte ich tatsächlich noch nie gesehen, dass wir hier so ein Stück Weiß im Temper-Glas mit drin haben. Ja gut, es ist nötig eigentlich. Aber das hilft auch so ein bisschen, eventuell LED-Leisten zu verstecken, damit die nicht in das Glas quasi reinleuchten. Die Rückseite habe ich mal abgenommen und da ist mir das hier aufgefallen. Das ist so eine Art Staubfilter irgendwie, dass man sich von hinten noch Luft ziehen kann. Dieser ist aber eigentlich nicht zu entfernen, würde ich jetzt sagen. Der ist nur aufgeklebt. Aber da wird sich auch nicht viel dran sammeln. Das ist wahrscheinlich einfach nur Design. Wenn wir dann hier reinschauen, ordentlich Platz. Aber ja, mittlerweile, oder ich muss anders anfangen. Das war ja eine lange Zeit so bei Gehäusen gewesen, dass wir das Mainboard hier eingebaut haben. Und dann war da erstmal, zack, so ein Stück Gehäuse nach unten, damit man da Laufwerk und Festplatten und so weiter installieren konnte. Also braucht man eigentlich nicht erwähnen, dass Grafikkarten von fast jeder Länge da reinpassen. Oder ja, fast ist schon. Kennt ihr aber eine Grafikkarte, die so lang ist, wie ein Full-ATX-Mainboard, welches ich da drin tatsächlich verbauen könnte, wenn ich möchte? Also da kann jedes Mainboard schon mal rein. Consumer-Mainboard natürlich. Also Server-Dinger auch, aber nicht immer. Aber keiner, die wenigsten Leute bauen Server-Mainboards in ihre PCs ein. So. Auf der Rückseite habe ich schon geschaut. Wir können zwei 3,5 Zoll Platten einbauen. Zusätzlich dann noch zwei 2,5 Zoll oder komplett vier 2,5 Zoll Platten, beziehungsweise SSDs. Hier haben wir so gummierte Durchschleuse-Dinger für Kabel. Ein GPU-Halter. Finde ich gut, dass man das hat. Dann hängt die Karte eben nicht schief im Slot. Werde ich wahrscheinlich dann auch in dem Pre-Roll-Video hier zu sagen. In der Front Platz für einen Radiator oder auch nur Lüfter. In the Top Platz für einen Radiator oder auch nur Lüfter. Obwohl, ja doch, das könnte passen mit dem... Ja doch, das passt wohl. Oder? Ja, müssen wir schauen. Da ist ein Lüfter dabei, wie fast immer bei Deepcool. Und hier unten kannst du dir das Netzteil von oben angucken. Oder auch die Festplatten. Und man könnte eventuell hier sogar Lüfter hinpacken. Ah, alles klar, okay. Dafür ist das also da. Wenn wir von unten oder von der Seite dahinten noch extra Airflow haben wollen würden, dann bekommt man das hin. Das ist ganz interessant. Aber auch das Gitter, das sieht cool aus. Da kann man vielleicht auch hier unten drunter eine LED-Leiste verbauen. Aber Beleuchtung oder so ist jetzt in diesem Fall hier natürlich nicht dabei. Was heißt natürlich? Seht ihr Beleuchtung? Ich nicht. Aber ich habe auch schon ein Gehäuse gehabt, wo dann hier unten drunter so ein Stück Plastik war und ich mir dachte, ach, das ist bestimmt nur Design. Und im Endeffekt war das eine LED-Leiste. Aber ich glaube, hier ist das nicht der Fall. Ich habe mir für dieses Video gedacht, wenn es das Gehäuse hier neu gibt, ich mag weiße Gehäuse nämlich, das gibt es natürlich auch in schwarz, ist klar, dann baue ich doch meinen Rig, meinen Gaming-PC, meine Workstation, mein ein und... Ja, ne? Ja? Baue ich das auf jeden Fall da ein. Vielleicht einer der Vorteile, wenn man YouTuber ist, dass man rein theoretisch jede Woche ein neues Gehäuse bekommen könnte. Macht natürlich niemand, weil den ganzen Aufwand musst du dir auch nicht machen. Ich bin immer überlegen, ob ich da eine Wasserkühlung reinpacke. Ich meine, hier vorne kommt so ein bisschen Airflow durch, nicht ganz so viel. Hm. Das überlege ich mir noch. Das hier ist mein bisheriges Gehäuse. Das ist auch von Deepcool. Mac Cube 550. Und das ist echt ein Riesentrümmer, ne? Da passt eine ganze Menge rein. Und ich fand das auch ganz cool, glaube ich, wegen der Festplatten, weil ich die nicht nur... Ne, hier unten war gar kein Platz für Festplatten, aber ich hatte, glaube ich, drei oder vier Festplatten und die konnte ich dann hier so irgendwie dran befestigen. Deswegen war das wohl nötig gewesen, ein so großes Teil zu haben. Und ja, wir sehen, ein bisschen dreckig bist du wohl. Aber die habe ich auch schon länger nicht mehr sauber gemacht. Und generell die Luft hier im Keller, deswegen hatte ich auch schon länger überlegt, mir mal einen Luftfilter zu besorgen. Alles, was ich hier sauber mache, landet irgendwie so ganz langsam dann mal da unten. Bei den Schuhen. Ist dann halt leider so. Aber dann können wir ja die Gelegenheit nutzen, das Teil auch sauber machen. Und ich hatte irgendwann von einem Zuschauer mal das Mainboard hier bekommen. Asus X75F Gaming. Und da hatte ich damals beschlossen, das weiß ich noch, dass ich gesagt habe, jo, das wird jetzt auf jeden Fall mein Mainboard. Weil bei diesem Mainboard mir ein Zuschauer empfohlen hat, ja, für meine CX-FM, CPU wäre da schon ein bisschen am Limit, obwohl das eigentlich ein Top-Mainboard ist. Ich habe da nie Probleme mit gehabt. Das ist ein Gigabyte Aorus irgendwas. Modellnummer packe ich jetzt hier hin. Und dann denke ich mir im Schnitt, ach, scheiße, jetzt muss ich erst wieder vorspulen. Titel erstellen, wieder zurück und hier und da. Aber ihr wollt natürlich auch wissen, was es ist. CPU ist ein Ryzen 9 3900X. Bin ich immer noch sehr zufrieden mit. Muss nicht geupgradet werden. Grafikkarte ist eine RTX 3060 Ti, 16-Gramm. Und ich habe schon seit geraumer Zeit diese 250 Gigabyte SSD hier drin, obwohl ich die gar nicht benutze. Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich nochmal da dran muss an die Daten, dann aber. Und zusätzlich einmal eine 500 Gigabyte und einmal eine 1 Terabyte SSD. 500 Gigabyte ist für das Betriebssystem und 1 Terabyte ist die Cache-SSD zum Schneiden. Und das ist verdammt gut, dass ich die habe eigentlich. Also einmal alles raus, aufs Mainboard umziehen, ins neues Gehäuse. Dann sage ich euch am Ende noch, was beim Aufbau, Zusammenbau vielleicht mir aufgefallen ist, kurioses oder so. Dann habe ich erstmal ein anderes Gehäuse. Ist ja auch cool. Vor allem, ich mag weiße Gehäuse richtig, richtig gerne eigentlich. Aber die sieht man so selten. Auch beim letzten Case Review hatte ich eigentlich gesagt, ich wollte ein weißes Gehäuse haben. Aber irgendwie hatten die, glaube ich, keins da oder so. Ja, ich überlege mir das jetzt noch, ob ich da die Wasserkühlung reinpacke oder nicht. Weil auch dieser Lüfter, der ist auch von Deepcool, ja, der ist eigentlich top in Ordnung. Also man merkt schon, ich bin ein Mensch, wenn ich es besser haben kann, dann muss das auch begründet sein. Ansonsten bleibt irgendwas draußen, weil ich das dann für irgendwas noch viel Besseres eventuell reservieren kann. Und sauber machen hier, mein lieber Mann. Mir ist jetzt im Nachhinein übrigens wieder eingefallen, dass der Zuschauer mir das Mainboard nur zugeschickt hat, weil es damit, glaube ich, irgendein Problem gab. Also ich finde gerade die Zuschauerpostfolge nicht wieder. Wenn jemand sich vor kurzem gesehen hat, kann er ja mal sagen, welche Nummer das war. Da gab es nämlich ein Problem. Also einmal irgendwas anderes noch und dann einmal mit der RGB-Beleuchtung. Und das habe ich dann später auch gemerkt. Wir haben auf dem Mainboard an sich eine LED, die leuchtet, aber die Header, die haben irgendwie nichts ausgegeben. Und na, ich dachte mir dann, ja, muss ja nicht unbedingt leuchten bei mir. Und deswegen kann man das auch nehmen. Ist eben ein hochwertigeres Mainboard. Ich meine, wenn du schon siehst, dass du da so einen kleinen Lüfter auf dem Mainboard hast, dann meint man das da wohl ein bisschen ernster. Und das sind dann womöglich nicht solche Lüfter, die man von älteren Mainboards kennt, diese Chipsatz-Kühler, die dann nach drei, vier Jahren Lagerschäden kriegen. Also hoffe ich jetzt mal nicht. Kann gut sein. Aber vielleicht habe ich dann ja schon wieder eine andere CPU oder sowas. Müsste man schauen. Dann haben wir da noch zwei Kühler für die M.2-SSDs. Also ist wohl ganz cool. Habe dann in dem Zuge auch mal beschlossen, die Wärmeleitpaste der Grafikkarte zu wechseln. Als ich die Karte damals gekriegt habe, hatte ich die Originalpaste direkt runtergenommen und glaube ich Arctic Cooling MX-2 draufgepackt. Die kommt da jetzt auch wieder drauf bei der 3060 Ti. Naja, passt auf jeden Fall. Also die waren nie laut gewesen oder sowas und die passte da, die war auch noch schön flüssig. Aber, naja, wenn man schon mal dabei ist, würde ich sagen, kann man das ja mal machen. Habe dann alles mal ein bisschen sauber gemacht, aufs neue Mainboard verfrachtet, den PC gestartet und was ist natürlich, will er als erstes wieder Updates machen. Hat er auch gerade durchgeführt, da gab es keine Probleme. Treiber hat er sich wahrscheinlich jetzt gerade rausgesucht und so wie ich das jetzt sehe, gibt es auch erstmal keine Probleme. Ich habe einfach alles genauso gemacht, wie es auch vorher war, auch mit der Netzwerkkarte drin, obwohl er es gar nicht bräuchte. Stimmt, haben wir hier eine 2,5 Gigabit Karte drin? Das müsste ich mal nachschauen. Vielleicht war das ja der Grund, warum ich das haben wollte hier. Und, ja, ich finde es immer wichtig, vor allem bei solchen Sachen einmal kurz zu gucken. Ja, okay, läuft alles. Ja gut, im Gehäuser kommst du eigentlich auch überall dran. Aber, wenn jetzt eine Festplatte nicht erkannt werden würde oder so, wäre das doof. Ich mache auch mal eben hier einen Cinderbench R23 Test, weil ich meine CPU da tatsächlich gar nicht in der Liste habe. Und ich wollte das eigentlich, meine CPUs da immer in den Listen drin haben, damit man das eben mal schnell, wenn man meine Videos guckt, vergleichen kann. So ganz ungefähr. Und ich habe mich jetzt dagegen entschieden, hier eine Wasserkühlung einzubauen. Hörst du was? Ja, du hörst ein paar Autos draußen vorbeifahren. Aber der Lüfter hier macht es so ganz leise so. Nicht mal so einen hochquiekigen Ton, sondern, nee, ich brauche da keine Wasserkühlung für. Das reicht auch so. Und clicky-bunty, vielleicht klebe ich da irgendwann eine LED-Leiste rein, aber weil es eh unter dem Tisch steht, sollen meine Schuhe davon beleuchtet werden? Ich glaube nicht. Aber das hier sollte eigentlich leuchten. Das wundert mich, dass es das jetzt nicht tut. Ja, so siehst du aus, wenn du fertig bist. Ich finde, das kann man wohl machen. Hier natürlich immer noch der Kopfhörerhalter, wo man sich dann so drauflegen kann, wenn man Bock hat. Ah, ja, genau. Ich frage mich, ob ich das benutzen werde oder ob ich mir dann die Knie dran stoße. Aber ja, kann es ja einfahren. Schrauben hier, die dabei waren, würde ich sagen, haben soweit gepasst. Verkabelbinder gab es noch, eine Anleitung und sogar auch wieder hier so ein kleines Werkzeug, um die Abstandshalter zu befestigen. Das ist immer ganz cool. Und es waren noch solche Schrauben hier dabei. Soll ich euch verraten, wofür die sind? Ich hatte ja vorhin gesagt, dass hier unten so Lüftergitter dran sind. Und genau dafür sind diese Schrauben auch geeignet. Die sind ja schon Gewinde dran. Das Problem bei mir ist nur, da ist dieser USB-3-Header voll im Weg. Und ich glaube, das Mainboard hat auch nur diesen einen. Und deswegen kommt man sich da leider ins Gehege und ich kann keinen Lüfter dort installieren. Das ist schade. Was man tun könnte, wäre da diesen USB-C oder ja, ist ein USB-C-Anschluss. Da kann man, glaube ich, Adapter für kaufen, dass ich dann ganz normal dort sowas anschließen kann. Ob ich das jetzt tun werde? Ich glaube nicht. Temperatur passt hier drin, ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, das Mainboard habe ich von einem Zuschauer bekommen und ich meine mich jetzt zu erinnern, dass er gesagt hätte, dass irgendwas mit dem LED-Header nicht funktionieren würde. Und ja, tatsächlich, die haben nicht funktioniert. Ich habe gerade mal ein BIOS-Update gemacht und siehe da, das BIOS-Update hat sogar einen extra Neustart gemacht, um mir auch anzuzeigen, ja, Updating LED-Firmware. Und ja, jetzt funktioniert der Kram auch wieder. Das sieht man daran, dass das jetzt so unheimlich grell leuchtet hier bei einem ISO von 1600. Und die vorderen Lüfter hier, die waren nicht dabei. Die habe ich da einfach nochmal angeklemmt. Es sind auch welche von Deepcool, weil die gerade hier rumlagen. Aber dafür brauchte ich einen extra Anschluss und Adapter und ich habe mir da was zusammengekrimmt. Das war beim ersten und zweiten Mal irgendwie nicht richtig gewesen. Da habe ich gemerkt, ach ja, okay, das funktioniert nicht. Die Idee wieder verworfen. Jetzt habe ich da einen Controller extra eingebaut. Ganz schick eigentlich, oder? Für das Kabelmanagement hierhin würde ich sagen, ist auch genug Platz. Dieser Controller ist nicht mit dabei. Den habe ich von einem anderen Gehäuse da eben angeschraubt, weil die Löcher gerade gepasst haben. Weil auch diese Deepcool-Lüfter einen eigenen Anschluss haben und das, was ich zusammengekrimmt habe, irgendwie nicht funktionieren wollte. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, hier können wir zweieinhalb Zoll Platten installieren, nämlich so. Die kann man hier einfach reinpappen in diese Löcher quasi. Und dazu sind Schrauben mitgeliefert, die man dann in die SSD oder HDD hineinpacken kann. Die landet dann so hier hinter. Kannst du da anschließen. Zack, fertig. Da unten wieder so ein einzelner Träger, wo einmal unten und oben drauf dann die Festplatte postiert werden kann, wenn man möchte. Da sind noch die Schrauben für die Grafikkartenunterstützung quasi. Ich sage dir aber ganz ehrlich, ich hätte schon da gerne so einen Lüfter hingepackt, so direkt unter die Grafikkarte, da an der Stelle. Das ist ja wohl halbwegs schlau, weil dann die Karte direkt ein ganz bisschen Frischluft bekommt. Natürlich nur von hinten, aber ein bisschen ist besser als gar nichts. So, und da unten sitzt du jetzt unter dem Schreibtisch. Ich habe da gerade noch mal ein bisschen gesaugt unter dem PC. Also am Teppich, da war nämlich auch eine ganze Menge Staub, die ich vorher gar nicht bemerkt habe, so irgendwie. Ja, dann schauen wir die nächsten Tage mal, wie das so ist mit dem Airflow oder sowas. Sieht auf jeden Fall anders aus hier unterm Tisch. Vor allem war das andere Gehäuse so, das ging bis fast hier unten runter. Aber du hast ein bisschen mehr Platz. Mal gucken. Jetzt kann man da oben auch irgendwelche Sachen abstellen. Ich habe nochmal ein Experiment gemacht, was den Airflow hier vorne angeht mit den Lüftern. Eigentlich kannst du das auch komplett zuhalten. Da kommt so fast gar nichts raus. Also jetzt haben wir eine maximale CPU-Temperatur von 82 Grad. Das ist ein bisschen warm. Das verstehe ich auch wohl. Ich hatte aber vom CPU-Lüfter die Lüftersteuerung auch auf ein relativ leises Profil gestellt. Du bist jetzt quasi kaum hörbar. Wenn ich jetzt sage, okay, lassen wir die Front komplett weg, haben wir da eine CPU-Temperatur von 73 Grad oder 74 so ungefähr. Das schwankt dann immer noch ein bisschen. Und die Lüfter, die sind auch nicht allzu schnell eingestellt momentan. Und naja, also hier kann wohl so ein bisschen Luft durchkommen, aber die Wasserkühlung würde ich dann trotzdem da vorne nicht dran befestigen. Das würde ich oben machen. Eine Wasserkühlung mit 360 Millimeter Größe kannst du da oben auch anbringen. Das passt auch wohl. Aber da hatte ich jetzt keine Lust zu. Deswegen das hier, naja. Aber hätte man sich eventuell auch denken können, ich hätte mir da eben nur gewünscht, dass da ein bisschen mehr Luft reinkommt. Aber ja, kannst du schlecht machen. Es sei denn, man macht dieses Teil vielleicht noch doppelt so dick. Ich weiß dann aber nicht, ob das gut aussieht da am Gehäuse. Deswegen, wenn ihr euch da eine Wasserkühlung dran setzt, dann bitte da oben. Und ich hatte auch die Idee gehabt, mein altes Mainboard wieder zu verwenden, wenn da eventuell der USB-3-Anschluss nicht unten dran wäre am Mainboard. Weswegen ich ja die beiden Lüfter nicht einbauen kann, weil die USB-3-Anschlüsse, die brauche ich. Aber bei dem anderen Mainboard ist es genauso. Da habe ich sogar zwei USB-3-Anschlüsse, also vier dann insgesamt, aber die sind unten rechts direkt nebeneinander und passt dann mit Lüftern nicht. Schade, da braucht man dann wirklich ein passendes Mainboard, wo der USB-3-Header überall anders sitzt, nur nicht ganz unten dran. Oder was man auch hätte machen können, wäre dafür so eine Art Winkel mitzuschicken. Sowas kann man ja kaufen, das habe ich jetzt gerade gar nicht. Es wird wahrscheinlich wieder ein paar Tage dauern, bis es da ist. Ja, sehr schade leider. Schade, schade. Und was auch noch sehr schade ist, ich bin mittlerweile mal wieder krank geworden. Ich glaube so Richtung Erkältung oder Schnupfen war es eigentlich der Unterschied davon. Ich weiß es bis heute nicht. Jedenfalls habe ich gerade das Video geschnitten, man hört es wahrscheinlich auch. Und so manche Passagen, die musste ich einfach 20 Mal neu sagen, weil da jedes Mal meine Stimme kaputt gegangen ist. Irgendwie so dieser typische Voice Crack, dieses Äh. Dann habe ich gerade noch nachgeschaut, was das Gehäuse kostet. Für 80 Euro ist es zu bekommen, sowohl in schwarz als auch in weiß. Und ich finde, es gibt auf jeden Fall bessere mit besserem Airflow jetzt so vorne rum. Aber wahrscheinlich hat man sich dann gedacht, ist das Gehäuse noch ein bisschen mehr wert, weil wir eben den Kopfhörerhalter dabei haben. Und ich würde jetzt sagen, das Gehäuse, was ich gerade im Kopf habe, wo wir vorne ordentlichen Airflow haben. Ich habe die Modellnummer gerade nicht im Kopf. Das Teil ist aber auf jeden Fall günstiger. Irgendwie 65 Euro kostet das. Das sieht jetzt im Vergleich nicht so schick aus. Also muss man dann schauen, okay, mag man das Design hier lieber. Und das andere Gehäuse gibt es, glaube ich, auch gar nicht in weiß. Ich glaube, es ist mir doch wieder eingefallen. Aber 60 Euro war dann doch wohl irgendein Gebrauchpreis mal gewesen. Bitfenix Nova Mesh entweder oder Enzo Mesh. Die waren, glaube ich, auch mal billiger gewesen. Wenn man jetzt von Deepcool einen Case haben möchte, wo wir vorne ein bisschen besseren Airflow haben, danke Focus, dann könnte es das ca. 560 werden. Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Aber da hatte ich damals auch schon gesagt, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall hat das Teil schon 100 Euro gekostet. Also, ne? Aber man kann jetzt natürlich auch sagen, okay, gut, hier bei dem Gehäuse, da haben wir dann noch den GPU-Halter drin, hatte ich ja gesagt. Und vielleicht klappt das ja unten auch mit dem extra Lufteinlass noch. Aber na, ich weiß nicht. Das Gehäuse kann man nehmen, ja. Und ich werde jetzt die Lüfter-Steuerungskurve wahrscheinlich noch so ein Quäntchen nach oben setzen, dass der Lüfter ein bisschen schneller läuft. Die CPU dementsprechend etwas weniger heiß werden kann unter Vollauslastung. Aber bei mir ist das tatsächlich gar kein Thema, weil der PC ist sowieso nie durchgängig ausgelastet. Ich glaube, das meiste, was der machen muss, ist tatsächlich der Video-Export. Und da macht die Grafikkarte am meisten. Und die Grafikkarte ist tatsächlich bei 65 Grad oder so. Wärmer wird die nicht. Ja, vielleicht wäre es doch schlauer gewesen, dann die Wasserkühlung dafür zu verwenden, jetzt in diesem speziellen Fall. Aber brauche ich eigentlich nicht, oder? Ich glaube, ich suche gleich mal nach so einem USB-Winkel-Anschlussteil. Die werden ja wahrscheinlich nicht mehr als ein Zehner kosten. Dann versuche ich das einfach nochmal. Vielleicht hat man hier auch nur den Fehler gemacht, dass das USB-3-Anschlusskabel für das Mainboard einfach zu lang ist. Also der ist ja der Stecker an sich und der ist, glaube ich, so lang. Und dann noch das Kabel da hinten drunter. Und die Teile sind ja eh so ein bisschen fragil. Ist dann leider an der Stelle das falsche Mainboard. Weil es jetzt ja kein klassisches Review war, habe ich aber trotzdem das Wichtigste alles erzählt. Wenn ich irgendwas vergessen habe, das kann gut sein, weil ich mit dem Kopf gerade auch komplett, also, ne, der Kopf ist voll. Ne, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Dann werde ich das nur eben beantworten oder vielleicht noch ein paar zwei dazu machen. Weil es jetzt ja kein typisches Review geworden ist, so wie sonst immer, sondern einfach nur, ja, ich mache jetzt mal ein Video und zwar damit. Und, äh, ja, da weiß man auf jeden Fall Bescheid. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns zunächst wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.